Erwin Reichardt, der Dekan von Kaufbeuren, wird neuer Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild. Der 63-Jährige stammt aus dem Oberallgäu und ist seit 1988 Pfarrer in Ebersbach und seit 2000 Leiter der Pfarreiengemeinschaft Ronsberg. Reichardt wird ab Januar 2018 den schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild bei Ziemetshausen leiten. Er folgt damit auf Prälat Wilhelm Imkamp, der aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand geht. Imkamp wurde 1988 zum Wallfahrtsdirektor ernannt und ist seit mehreren Jahrzehnten auch Mitglied der Vatikanischen Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen. Der Augsburger Bischof Konrad Staser würdigte das Wirken des 65-Jährigen. Imkamp habe Maria Vesperbild weit über die Region und das Bistum Augsburg hinaus bekannt gemacht.